Der UCS 8080 Walker ist mal abgesehen von seinem Preis ein echt gelungenes Lego Star Wars Set. Trotzdem sind mir im Review noch ein paar Punkte aufgefallen, die man noch verbessern könnte und das werden wir jetzt passend zum Release in diesem Video gemeinsam angehen. Viel Spaß mit dem 8080 Upgrade! Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brickstory, den UCS 8080 Walker habe ich euch ja schon in einem eigenen Video vorgestellt, wurde mir vorher als Review Exemplar zur Verfügung gestellt, jetzt ist es aber auch heute offiziell herausgekommen am Black Friday und deshalb habe ich mir gedacht, warum nicht einfach mal ein paar simple Modifikationen machen bzw. meine Kritikpunkte, die ich an diesem Set hatte, soweit es geht, ausbessern. Das ist gar nicht so kompliziert. Erst wollte ich ihn ja komplett strukturell umbauen in einen 8080 Walker aus dem Rogue One Film. Das Ding ist, ein 8080 Walker ist wesentlich größer als ein 8080 Walker und eines der coolsten Features an diesem Walker ist, dass er Minifigurenmaßstab ist. Den Maßstab wollte ich nicht kaputt machen und die Größenänderung wäre halt auch ein wenig zu komplex gewesen. Das GWP, dieses Lichtschwert von Luke Skywalker, das habe ich leider noch nicht. Das werde ich mir wahrscheinlich noch kaufen bei den E-Mail-Preisen, die es aktuell gibt. Uff, muss man da schon zweimal schlucken. Für die Sammlung und für das Museum werde ich das machen. Es gibt es tatsächlich aber immer noch dazu, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt das Video hier aufnehme. Also falls ihr überlegt, das Ding noch zu kaufen, ich würde es wenn, dann mit dem GWP machen. Ohne das GWP ist es, wie schon gesagt, ein sehr, sehr teures Set, das GWP. Wenn man das für das Geld verkauft, dann ist es immerhin ein wenig fairer vom Preis her. Die erste Modifikation haben wir hier direkt bei den Accessoires. Das ist dieser E-Web Blaster, den gibt es ja so auch im Film für die Snowtrooper. Falls ihr aber den Film gesehen habt, beziehungsweise hier jetzt gerade den Vergleich euch anguckt, da fehlt natürlich das Akkupack. Das ist über so ein Kabel verbunden, das gab es früher auch in manchen Lego-Sets. Nur hier haben sie es jetzt weggespart, genauso wie in dem 75288 Spiel AT-AT. Das ist genau der gleiche Blaster dort. Da habe ich mir gedacht, da brauchen wir auf jeden Fall ein Akkupack. Und das habe ich folgendermaßen gebaut. Hier könnt ihr es sehen, ich habe einfach dieses Seil, ich glaube das ist sogar als Ersatzteil im AT-AT-Walker mit dabei, weil Luke damit unten dran hängt. Das habe ich genommen, habe das dann hier auf so eine Plate Modified gesetzt, habe da noch ein rundes Teil neben gesetzt, oben dieses Grillteil drauf und da noch ein bedrucktes Element mit solchen Steuerelementen. Und das kann man dann da einfach ganz entspannt daneben stellen. Und die Snowtrooper können dann endlich ihren E-Web Blaster auch mit einem Akkupack länger benutzen. Könnt ihr natürlich genauso auch bei dem Spiel AT-AT machen. Dann ist es leider bei den Snowtroopern so, dass denen einerseits natürlich dieses Pauldron-Teil an den Beinen fehlt. Das hatten wir hier bei diesem älteren Snowtrooper noch mit dabei. Dafür hatten wir keine Bedruckung auf den Beinen. Von daher lasse ich das Argument durchgehen, ja wir haben jetzt hier eine Bedruckung auf den Beinen, deshalb braucht man das Pauldron-Teil nicht unbedingt, obwohl ich das Pauldron-Teil schöner finde. Was mir allerdings auf jeden Fall fehlt, ist das Backpack hinten dran. Wenn ihr Star Wars Battlefront gespielt habt, dann wisst ihr, dass die genau so ein Battlepack haben, wie sie es damals mit einem Print gelöst haben. Unten diese Rundung ist auch noch dran mit diesen Schneckenteilen. Die könnt ihr aber natürlich euch ganz einfach nachbauen. Gut, wahrscheinlich müsst ihr es ohne den Print machen, wenn ihr jetzt nicht irgendwie eines von den älteren Sets habt, wo noch die Prints mit dabei sind. Und dann haben wir ja leider im Lego-Set auch nur 5 von den 40 Snowtroopern mit dabei, die dort reinpassen in den großen Walker. Deshalb bin ich auf einer Messe gewesen und habe tatsächlich nochmal einige Snowtrooper gekauft. Das sind jetzt etwas ältere Varianten. Die kommen aus dem Magazin. Die hatten damals aber noch das Backpack mit dabei. Bei denen werde ich jetzt noch diese Schneckenteile hinten dazu bestellen. Und dann kann man natürlich innen drin den kompletten 80-80-Walker ausfüllen. Kleiner Tipp an der Stelle noch. Im Januar bzw. Ende Dezember wird es wieder ein Lego-Star-Wars-Magazin geben. Und dort bekommt ihr dann für 4 Euro solche einzelnen Snowtrooper. Und ab Januar wird es natürlich auch nochmal für 20 Euro das Snowtrooper-Battlepack geben, wo dann auch nochmal 3 von diesen Snowtroopern mit dabei sind. Allerdings dann auch wieder ohne Backpack. Also diese neueren Varianten sind das dann. Aber bevor wir jetzt den Innenraum mit Snowtroopern befüllen, ich bin echt gespannt, wie das dann aussieht mit 40 Troopern dort drin, müssen wir uns noch um eine wichtige andere Sache am 80-80 kümmern, die mich gestört hat. Und zwar sind das die Farben, die man hier teilweise durchsehen kann. Also ich kann, ich bezweifle sehr, dass das Imperium damals mit Holz hier den 80-80-Walker gebaut hat. Ich glaube, da brauche ich euch jetzt nicht so viel zu sagen. Ihr nehmt einfach die bunten Teile heraus und tauscht die mit gleichfarbigen aus. So sieht das dann aus. Finde ich wesentlich schöner, wenn man das dann von außen betrachtet und dort nicht mehr irgendwie solche Holzfarben durchscheinen. Ich werde diese Teile, die jetzt vorher drin waren, aber trotzdem behalten. Falls man das halt irgendwann mal genau im Sammlerzustand haben will und genau die Teile mit dabei sind, kann man es ja auch einfach wieder zurücktauschen. Das Ganze habe ich jetzt noch an mehreren Stellen wiederholt, halt immer baugleiche Teile in anderen Farben eingesetzt. Wirklich schade, dass es von Haus aus nicht geht. Zum Beispiel schaut euch mal dieses Element hier an, da sieht man auch noch das Rot durch. Und das liegt halt wirklich nur an so einer runden 1x1er Plate, die da drin verbaut ist. Ja, wie gesagt, einfach mit Grau austauschen. Hier außen gibt es dann auch noch diese Elemente, die zeigen so senkrecht nach unten. Das Ding ist, die hat Lego aber mit einer Jumper Plate befestigt und die sind mir schon so oft abgefallen. Kann man allerdings auch ganz leicht lösen. Wir nehmen da einfach so eine 2x2 Plate und dann können wir das da ganz einfach wieder drauf machen. Und dann hält das auch wesentlich stabiler. Also ich sehe keinen Grund, da eine Jumper Plate drunter zu machen, um ehrlich zu sein, denn man soll es ja nicht drehen können. Und einige Male hatte ich auch gelesen, dass Leuten diese Gelenkabdeckungen hier oben nicht gefallen. Jetzt habe ich überlegt, was man da machen könnte. Das eheste, was mir jetzt eingefallen ist, wäre, dass man hier diese Prints nimmt. Die kommen vom Corporate Alliance Tank Droid aus 2010, glaube ich, oder 2009. Und ich muss ehrlich sagen, dass es eben so ein bisschen einen Retro-Look gibt. Ich glaube, im ATTE damals wurden sie auch so ähnlich verwendet. Mir gefällt es auch irgendwie, aber wahrscheinlich akkurater zum originalen Vorbild ist es, wenn man die alten Abdeckungen dran lässt. Deshalb werde ich die wahrscheinlich auch wieder zurück ändern. Hier vorne im Cockpit habe ich ja dann noch kritisiert, dass das Hologramm von Darth Vader nicht mit enthalten ist. Das könnt ihr einfach hier darstellen, indem ihr zum Beispiel so einen runden 1x1er nehmt. Oder wenn ihr es habt, könnt ihr natürlich auch dieses extra dafür angefertigte, gemoldete Teil nehmen. Der hat natürlich eine Kapuze auf. Es gibt kein Darth-Wader-Hologramm in dem Sinne. Aber ich finde, es sieht dann trotzdem noch ganz cool aus, wenn wir es dann mit ihm sprechen kann, während sie auf die Echo-Base zusteuern. Im Innenraum hat der AT-AT-Walker mich bis jetzt eigentlich sehr überzeugt. Eine Funktion, die aber definitiv fehlt, ist die Abseil-Funktion für die Snowtrooper. Wenn die hier oben drin stehen, dann müssen die ja auch irgendwie unten auf den Boden kommen. Deshalb gibt es im richtigen AT-AT halt so eine Seilwinde. Die gibt es ja sogar beim Spiel-AT-AT, die man nach oben und nach unten bewegen kann. Das ist die Lösung, mit der ich jetzt hier ankomme. Vorne dieses Teil, das gibt es auch schon so beim großen Sandcrawler. Das habe ich da quasi fast 1x1 übernommen. Dann habe ich einen Technik-Liftarm genommen mit einem Mechanismus. Das werdet ihr gleich sehen. Das ist dort oben hier an der Decke befestigt. Und dann klappt sich das quasi so nach vorne aus. Der Standfuß fährt sich aus. Und dann könnt ihr hier dran ziehen und die Snowtrooper halt nach unten bewegen. Ich würde sagen, ich zeige euch das mal eben kurz, wie es fertig aussieht. Und wir ziehen den Liftarm raus mit dem Mechanismus, den ich euch vorhin gezeigt habe. Dann haben wir hier vorne die Seilwinde. Die kann dann wiederum mit dem Liftarm hier unten noch abgestützt werden, damit man dann auch ganz simpel hier dran ziehen kann und das Seil nach unten ausfährt. Die Klappe, gut, da müsst ihr wahrscheinlich auch noch ein bisschen was umbauen, damit die nicht so leicht einklappt. Ist ein wenig nervig, gebe ich zu. Aber immerhin können die Snowtrooper jetzt über die Leine in den Einsatz nach unten abgeseilt werden. Man kann da natürlich theoretisch auch Luke Skywalker dranhängen, wenn man ihn jetzt nicht ganz da oben haben möchte, wie das ja bei dem offiziellen Lego-Set so vorgesehen ist. Natürlich bei einem richtigen AT-AT-Walker ist es ein wenig eleganter gelöst. Da ist die Seilwinde dann halt innen und man kann halt oben so eine einzelne Schiene ausfahren. Das Ding ist, dadurch, dass hier oben noch der Eingang ist und so weiter, braucht man halt eine Lösung, die man so ein wenig kippen kann. Und so wie es jetzt stabil ist, bin ich sehr zufrieden damit. Und wie schon gesagt, ihr könnt das Ganze auch hier wieder einklappen und dann verstaut sich das Ganze in der Mitte. Und die Klappe lässt sich ganz einfach wieder schließen. Und hier passen sogar immer noch Minifiguren in den Bereich rein. Dann haben wir natürlich noch das Thema mit den Sweeterbikes. Im offiziellen Set sind zwei Stück davon enthalten, die man hier hinten auch ganz einfach reinlegen kann. Auf der anderen Seite fehlen aber dann noch zwei. Die kann man natürlich jetzt aus der eigenen Sammlung nehmen. Ich habe da jetzt zum Beispiel noch das aus dem Spielset AT-AT-Walker aus dem letzten Jahr oder aus dem früheren Snowtrooper Battle Pack. Aber in diesem Jahr gibt es ja auch noch ein Remake des Snowtrooper Battle Packs. Das sind dann genau die gleichen, die auch schon im Set mit enthalten sind. Sind also, wenn ihr euch zwei von den Battle Packs kauft, könnt ihr auch alle Speederbikes hier innen drin ausfüllen. Theoretisch passen ja fünf Speederbikes in einen AT-AT-Walker rein. Das könnt ihr hier vorne auch noch lagern. Dann gibt es inzwischen ja auch schon die Bilder zum AT-ST-Walker, der in 2022 erscheinen wird. Ich habe ja im Review gesagt, dass man den theoretisch hier bestimmt reinmachen kann. Jedenfalls geht das bei einem offiziell Canon Star Wars AT-AT-Läufer. Das werde ich dann ausprobieren, sobald der herausgekommen ist, ob man den da irgendwie reinquetschen kann. Es sieht aber sehr, sehr eng aus, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt ist der Moment gekommen, wir werden den kompletten Innenraum mit Snowtroopern ausfüllen. So, und einige Zeit später und ein paar Nerven auch später sitzen die jetzt hier drin. Ich muss sagen, mir gefällt das sehr, sehr gut, wie sie da jetzt drin sitzen. Es war aber gar nicht so leicht, die da alle reinzubekommen. Das hier sind übrigens noch Waffenhalter an der Seite. Und das sind halt ganz normale Stühle, die es ja auch in der City-Reihe so gibt. Und das Ding ist, ihr seht, das sind die ohne Backpacks, das sind die mit Backpacks, die ich noch gekauft habe. Durch das Backpack sitzen die halt alle so ein bisschen weiter vorne. Von daher kann ich es verstehen, dass sie jetzt beim Lego-Set keine Backpacks mit reingelegt haben. Andererseits kann man die Backpacks natürlich auch einfach abnehmen, wenn einen das stört. Aber so die ganzen Figuren da reinzumachen, das war gar nicht so leicht. Ich musste zum Beispiel hier die Technikkonstruktion abnehmen. Und da unten auch noch ein paar Teile, um da überhaupt dran zu kommen. Einerseits kann man jetzt hier die Funktion mit dem Kopf nicht mehr so gut betätigen, ohne dass man irgendwelche anderen Snowtrooper umreißt. Und andererseits wäre es halt auch noch ganz cool gewesen, wenn man diese Sitzreihen irgendwie rausnehmen könnte, die Figuren draufsetzen kann und dann wieder reinsetzen kann. So könnte man dann halt auch, selbst wenn der AT-AT noch ganz geschlossen ist, die Figuren besser rein- und rausnehmen. Und ja Freunde, was soll ich sagen, ich hatte noch so viele Ideen, die ich noch an diesem AT-AT ausprobieren wollte. Zum Beispiel hier die Liftarme kann man noch überdecken. Hier kann man sich noch ein bisschen mehr Mühe geben. Und all solche Sachen, die wichtigsten habe ich jetzt aber erstmal. Ich denke, dass ich aber noch irgendwann weitermachen werde, den AT-AT zu modifizieren. Wie gesagt, gibt es halt noch super viel Potenzial. Vielleicht mache ich nochmal einen zweiten Teil von dem AT-AT-Modifikation. Je nachdem, wie dieses Video hier jetzt ankommt und ob euch das Spaß gemacht hat. Ob es euch was geholfen hat, so ein bisschen Unordnung ist ja auch noch. Mir persönlich hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich werde jetzt auch noch für mich so ein bisschen weiter experimentieren hier mit der Seilwinde. Ob man das noch irgendwie so bauen kann, dass auf der anderen Seite auch noch eine ist. Ob man vielleicht hier unten sogar die Luke noch durchbaut. Da hinten die Filteranlage und sowas. Und natürlich auch der AT-ST, sobald er verfügbar ist, ob der da reinpasst. Wir werden es alles sehen. Hier findet ihr noch weitere Star Wars Videos. Lasst gerne einen Daumen nach oben oder nach unten da, wenn es euch gefallen bzw. nicht gefallen hat. Und bis dahin, ciao, ciao.